Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um kritische Bereiche in eurem Code und Multithreading, das auf diesen kritischen Bereich zugreifen möchte. Das heißt, ihr habt eventuell mehrere Threads, die auf ein und dasselbe Objekt darauf zugreifen. Im Endeffekt wird euch das, wenn ihr irgendeine Berechnung parallelisiert, also zum Beispiel Matrix-Multiplegation oder sonstiges Zeugs, wird euch sehr, sehr schnell sowas passieren, dass es Bereiche gibt, die ihr ganz gerne, nun ja, schützen möchtet, damit nicht aus Versehen der erste Thread eine 1 reinschreibt und der zweite Thread eine 42 reinschreibt und sie sich dann knapp verpassen. So, das wäre ziemlich ärgerlich, deswegen lasst uns mal so ein Beispiel bauen und ja, wir werden es simpel halten natürlich, aber realistisch trotzdem gleichzeitig. So, wir bauen uns hier mal einen int war gleich 1, ups, war gleich 1 und wir haben hier noch den Thread von letztem Mal, den werden wir jetzt nicht mehr benutzen, so wie wir es hier hatten, sondern wir werden uns jetzt hier eine echte Funktion reingeben, also ich meine Lambda-Funktion sind auch echte Funktionen, okay, aber wir werden hier jetzt eine Funktion oben drüber schreiben und nennen die jetzt einfach mal Critical und ja, die, ups, bekommt natürlich noch einen Parameter und zwar der Change, so, also die Veränderung quasi und so, jetzt wollen wir hier folgendes machen, wir wollen das var, also die Variable hier oben, diese hier, wird nun gesetzt auf das, was in Change drin steht, ja, also zum Beispiel wollen wir zum Beispiel bei einem Vektor eine Zahl verändern und ja, dementsprechend wollen wir natürlich hier irgendwas berechnen und dann wird das Ding hier gesetzt. So, und Change, beziehungsweise Critical ist jetzt hier diese Funktion, die das Ganze verändert und, ähm, damit man solche Race Conditions ausprobieren kann, muss man natürlich mehr als nur einen Thread haben, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir bauen uns diesen Thread-Themen ein bisschen um und sagen, er soll bitte Critical, Critical aufrufen mit, nein, also er bekommt wirklich den Function Pointer hier und ja, natürlich, das bekommt mich auch direkt hier angezeigt, das ist ein Fehler, weil ich muss natürlich hier irgendwie noch diese Variable mit angeben, also wie viel soll da eigentlich reinkommen und ja, meine Antwort ist natürlich hier 42, aber gleichzeitig buhlte noch der Thread T2 um die Herrschaft der Variable var und wollte ihren Wert auf 1337 setzen. So, was wir jetzt hier machen, ist quasi, wir lassen die beiden gegeneinander konkurrieren und was sie nicht machen dürfen ist, sie dürfen nicht gleichzeitig drauf zugreifen. So, das heißt, was uns natürlich interessiert ist am Ende, wer ist der Sieger, wer hat die Kontrolle über Var übernommen und die Herrschaft im Land, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, das heißt, wir wollen erstmal gucken, wer wird eigentlich hier das Ganze gewinnen und ja, wir können ja mal hier reingucken kurz. So, und, ähm, ja, wir sehen, das ist 1337, das liegt einfach höchstwahrscheinlich daran, dass ich den zweiten Thread später gestartet habe als den ersten. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir jetzt hier sagen wir mal, also sagen wir einfach mal hier var plus gleich change, ja, wenn wir einfach hier var plus gleich change haben, dann ist das Ding richtig schön gefährdet. Dann sehen wir nämlich hier 1380. So, das hat gut geklappt dieses Mal, aber es ist nicht unbedingt so, dass das wirklich so sein muss. Es kann nämlich sein, dass ich hier var plus gleich, äh, rechne und diesen, diesen Veränderungen hier drauf rechne und ja, dann kann es sein, dass das gleichzeitig passiert. Das heißt, var wird auf 1 plus 42 gesetzt, also quasi var wird gelesen und dann wird var plus change verrechnet. Also im Endeffekt sind das ja zwei Schritte. Ich setze erstmal, ähm, ich setze erstmal eine temp-Variable sozusagen, ist gleich var und dann setze ich var auf change plus var. So, das ist, ups, ähm, ja, andersrum. Das ist ja im Endeffekt das, was hier passiert mit dem Semikolon hinten dran natürlich. So, das ist die eigentliche Berechnung, ähm, temp natürlich. Das ist die eigentliche Berechnung, die im Compiler intern abläuft, okay? Okay, und jetzt haben wir hier, also wenn ich quasi var plus gleich change rechne, dann passiert das hier quasi. Dann kann ich das aufteilen in zwei Zeilen, weil es einfach zwei Operationen quasi sind. So, und das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier drin, sagen wir mal, in temp steht ja 1 drin, okay? Also am Anfang natürlich, weil var 1 ist. So, und dann mache ich hier eine Pause, weil mein Betriebssystem sagt, Jo, der Fred hat jetzt mal chill Zeit. So, und dann kommt der Fred Nummer 2 und liest sich auch diese temp-var aus. Die ist ja immer noch 1. So, das heißt, der Fred 2 sagt auch, ähm, also der Fred 2, der Fred 1 hat schon Pause gesagt und der Fred 2 sagt danach auch, okay, Pause. So, und dann läuft der erste Fred weiter. Ihr erinnert euch, temp war 1, das heißt 1 plus 42 ist 43, sprich, variable, also var wird auf 43 gesetzt. Dann startet der Fred 2 wieder, also der war hier quasi einfach so passiert. Das macht das Betriebssystem wirklich zufällig, ja? Ihr könnt das nicht bestimmen. So, und das bedeutet, der Fred 2 hatte natürlich hier auch eine 1 ausgelesen, hat aber als change 1337. So, und dann haben wir hier in var plötzlich nicht mehr 1380 drinstehen, sondern 1338, da fehlen im Endeffekt die 42 von unserem Fred 1. Und das ist natürlich das, was wir absolut vermeiden wollen, sprich, deswegen haben wir hier die Möglichkeit, Locks zu machen. Das heißt, Locks, Mutex oder Mutex, I don't know, ähm, Mutex macht im Endeffekt das, was man erwarten würde. Es, ähm, blockiert manche Ausführungen. Das heißt, immer nur ein Fred darf gleichzeitig in meinen Bereich rein, den ich hier schütze. So, und das sieht folgendermaßen aus. Ähm, wir bauen uns hier einen, äh, static, also einen statischen Mutex. Ähm, die sind übrigens auch in STD drin, das heißt, wenn ihr nicht using namestays macht, braucht ihr wieder STD, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Aber wir brauchen das natürlich nicht, weil wir hier STD benutzen. Mutex, und wir sagen dazu MTX. Und wir sehen auch schon hier direkt, ja, wir müssen das Ganze natürlich noch importieren. Hier aus STD muss Mutex importiert werden, falls wir es brauchen. Weil, wie gesagt, es gibt natürlich auch Threading-Szenarien, wo man Mutex gar nicht braucht, ja, weil die Dinger einfach, ähm, nur da sind, wenn ihr wirklich einen kritischen Bereich habt. Aber teilweise könnt ihr einfach das ganze Ding wunderbar parallelisieren und habt da überhaupt keine kritischen Bereiche. Das ist natürlich das schönste Szenario. Aber es gibt auch andere und Mutex ist mittlerweile eigentlich Standard geworden, dass man die Dinger verwendet. So, damit sagen wir jetzt quasi also, die folgende, der folgende Bereich soll bitte gelockt werden. Und ja, wir machen das über den Lock-Guard. Und der bekommt hier einen Typen angegeben, das ist natürlich der Mutex hier. Ups, Mutex, hey, hey. Und, ähm, ja, ich sage jetzt hier plötzlich Lock von Mutex. So, das heißt, ich baue mir ein Lock namens Lock und, äh, sage hier, okay, wir bauen uns das hier rein, sodass man quasi sagen kann, okay, wenn dieses Mutex-Ding hier schon irgendwie von einem Thread verwendet wird, also, im Endeffekt, was intern passiert, ist folgendes, ähm, das Mutex speichert sich, ob es gerade in Verwendung ist oder ob es gerade gelockt ist. Und mit Lock sagen wir, okay, das Mutex ist gelockt. Und, äh, ja, jetzt sind wir hier eigentlich schon soweit fertig. Jetzt wird das hier, also, wenn ein Thread wirklich hierher kommt und dann dieses Lock acquiert, dann kann kein anderer Thread dieses Lock auch noch acquieren. Sprich, wenn hier oben drüber, rein zufällig gerade der erste Thread auf Pause geht, dann kann der zweite Thread wunderbar hier das Lock acquieren. Aber wenn der zweite Thread hier unten auf Pause geht, also auch im kritischen Bereich quasi, hier auf Pause geschalten wird vom Betriebssystem, dann kann der erste Thread, wenn er weiterläuft, bleibt er hier einfach stehen. Das heißt, er wartet, bis dieses Lock auf dem Mutex wieder freigelassen wird. Und, ja, das passiert automatisch, wenn man out of scope geht, sprich, wenn dieses Mutex nicht mehr definiert ist, also hier unten, dann wird quasi der Counter auch wieder wie bei einem Smart Pointer reduziert. Und dann kann der erste Thread hier weitergehen. Das heißt, wenn der zweite hier quasi zu Ende ist, dann kann der erste Thread hier reingehen oder ich kann das Ganze auch von Hand machen und kann einfach sagen, unlock, äh, natürlich Mutex.unlock. Ähm, wobei ich, also, ich habe das hier jetzt anders gemacht. Ich habe das Ganze mit einem Lockguard gemacht. Das heißt, man müsste hier tatsächlich mtx.lock schreiben. Dann bräuchte man auch diesen Lockguard hier gar nicht mehr. So geht's auch. Ja, das geht. Aber, ähm, also, ich kann das so machen, äh, das ist quasi die alte Schreibweise. Man benutzt mittlerweile eigentlich eher den Lockguard. Weil, und das hat auch seine Gründe, wenn ich hier wirklich Lock schreibe, als Mutex.lock und dann Mutex.unlock, dann ist das okay, ja. Aber wenn ich Mutex.unlock vergesse, dann bleibt dieses Mutex gelockt. Dann ist es plötzlich nicht mehr so, wenn ich out of scope gehe, dann, äh, verschwindet mein Lock auf das Mutex. Nein, dann bleibt dieses Lock bestehen. Und dann kommt es zum Deadlock, ja. Wenn wir das jetzt mal so kurz, also Achtung, diesen Code nicht ausführen, ja. Wenn wir das jetzt hier mal so haben und der erste Thread wird auf Pause gesetzt. So, der zweite Thread acquiert sich das Lock und wird hier dann auf Pause gesetzt, ja. Dann haben wir das, Parsi, genau. Ähm, dann haben wir das genauso wie gerade eben auch mit dem Lockguard. So, dann sagen wir hier, okay, der erste Thread wird jetzt weitergemacht, aber, ja, der kann natürlich hier nicht rein, weil das Mutex ist schon gelockt. So, der zweite Thread kann hier weiterlaufen und der läuft durch und er läuft bis runter und zum Ende. Und dann kommt der erste Thread wieder und wird zum Laufen gebracht und er versucht wieder das Lock zu acquiern, aber es geht nicht, weil es immer noch gelockt ist. Sprich, der erste Thread ist für immer hier auf Pause gesetzt. Der erste Thread wird nie wieder zu Ende laufen, weil ihr hier vergessen habt, das Ding wieder zu anlocken. Wenn ich hier Mutex.unlock mache und der zweite Thread läuft hier durch, dann kann der erste Thread danach auch in diesen kritischen Bereich wieder rein, aber wenn ich eben dieses Unlock hier vergesse, dann ist mein erster Thread dauerhaft blockiert und glaubt mir, das kann tatsächlich mal kompliziert werden und man kann auch mal so einen Unlock vergessen und dann habt ihr eben ein Deadlock, weil der erste Thread kann hier nicht mehr zu Ende laufen, wenn der zweite Thread durchgelaufen ist. So, dann haben wir einfach ein Problem. Deswegen sind Mutex.lock mittlerweile nicht mehr gerne gesehen und man hat eigentlich lieber seinen Lock-Guard mit einem Typen Mutex und sagt dann einfach, also wir nennen das Ding einfach mal Lock und bauen das auf dem Mutex MTX und damit locken wir sozusagen automatisch das Mutex hier. So, und wenn ich jetzt quasi out of scope gehe, dann bin ich schon wieder eigentlich gut dabei. Sprich, dann habe ich die kritische Sektion überwunden. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn hier unten schon wieder die nicht kritische Aktion ausgeführt werden soll, also zum Beispiel ein see out hello unkritisch, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache, dann möchte ich natürlich, dass mein Mutex vorher wieder unlockt wird. So, das heißt, ich müsste hier irgendwie dieses Lock wegbekommen. Sprich, dieses Lock hier müsste out of scope gehen, das ist ja gerade das, was wir geklärt haben. Wir müssen dieses Mutex also wieder freischalten und ja, man selbst in diesen Situationen sollte man nicht auf Mutex.lock zugreifen, sondern man kann das natürlich auch anders regeln, indem man hier einfach einen künstlichen Gültigkeitsbereich baut. Und ja, jetzt sind natürlich alle Variablen, die wir hier drin gebaut haben, also dieses Mutex, dieser Lock Guard und diese int temp, die sind nach dieser geschweiften Klammer out of scope. Sprich, das hier ist natürlich jetzt auch nicht mehr kritisch. Sprich, die beiden Threads können hier durchlaufen und sind hier nach eben unkritisch und ja, nicht mehr irgendwie problematisch. Das heißt, wir haben hier jetzt plötzlich ein Hello unkritisch, Hello unkritisch 1380. So, und ja, das ist genau das, was wir haben wollen. Okay, es gibt natürlich noch mehrere Locks, die wir uns angucken wollen, aber das ist erstmal so das Allerwichtigste. Das hier solltet ihr grob verstanden haben. Also Lock Guards benutzen, nicht nur Mutex benutzen und das Mutex locken, sondern eben Lock Guards benutzen, weil das im Endeffekt dieses, ihr habt, wir haben es mal erwähnt gehabt, RAII, dieses RAII implementiert sozusagen, sodass ihr das nicht mehr machen müsst und für euch quasi das Ganze handeln. Und das ist schon ziemlich angenehm, deswegen sollte man das auch so benutzen. Für zu weniger fehlern im Code, für zu besserem Code, für zu lesbarerem Code und man weiß auch direkt, wo eigentlich der Gültigkeitsbereich von diesem Mutex ist. Sprich, sogar noch lesbarer, als wenn man es mit Locks macht. Gut, das war es von meiner Seite. Ich weiß, harter Tobak heute, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.